Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Warhalla mit mir, Demian. Jetzt such mal hier Zielwort, wo auch immer er jetzt hier steckt. Ich würde sagen, da am Lager. Kann ich da irgendwie mit dem Boot halten? Nee. Ja, okay. Dann sprechen wir mit Sie gut. Dein schweigsamer Freund. Der sagt nie wieder was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt... Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Ogret ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Etelsweet. Nach Tame Vjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legra Caster auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Eva! Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schicke ihn nach Cheopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Etelsweet finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Etelsweet zu holen. Möge Odin euch leiten. Finde Eivor und Stelle, sie zu ihm. Wir können versuchen, nicht aufzufallen. Oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach Eivor. Davon habe ich immer getroffen. Sieh für mich, Sönen. Aber was bringt mir das? Mit dem Langschiff. Da müssen wir hin. Ich würde ja erstmal hier in den Turm hochklettern. Klettern. Davon habe ich immer geträumt. Um herzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Warum ist denn hier ein toter Wolf? Vielleicht werden wir von hier aus nicht gesehen. Ich muss mich in Acht nehmen. ich war mit einem da stehen überwachen auf mich wird er nicht gesehen da wollte ich gar nicht hin dann lösen wir das mal auf die wikinger art war das jetzt erstmal alle ich hoffe da kommt der nächste ok dann gehen wir weiter hier hoch ja anstatt die leiter zu nehmen einfach mal hier normal laufen als wenn ich wieder kein getroffen habe kohle bauen wo ist denn unser ziel also hier in diesem kreis muss sie irgendwo sein warum kann ich kein attentat von oben machen bin ich wieder schade da unten ok wie kommen wir jetzt noch da unten das massieren buch sofort uns mal die fähigkeit angucken was haben wir jetzt hier durchschlagen nach schluss schießt ein fall mit genügend kraft ab und beinahe alle hindernisse zu durchschlagen dann geht es jetzt hier weiter runter verschwindet lady attell suite burgred hat sich alle mühe gegeben euch zu verstecken aber ganz erfolgreich war er nicht lasst meine mägde frei sie haben nichts mit unseren streitigkeiten zu schaffen höchst du das evo edel selbstlos mit so jemandem muss man vereinbarungen treffen eine außergewöhnliche frau wir sind nur auf der suche nach dem könig sag uns wo burgred sich aufhält und wir werden kein blut vergießen bitte ich ich weiß nichts gut gemacht sie gut sie versteht nur den ernst der lage nicht aber das wird sie schon bald moment das sind hände die wäsche waschen die hände einer dienerin sie soll uns täuschen warte schnell die täten haben mich gefunden bewacht die mägde ich folge ätel suite ach steht mein langen guter hinten noch könnt ihr euch Als wenn die jetzt an Land geht. Wo kommen denn die Pfeile? Mein Mann wird euch alle in die Hölle schicken. Dann wird es nicht mehr dauern. Es ist nicht Hand an mich zu nehmen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. oder mann noch jemand hier ich dachte hier ist aber ist nicht so meine güte kann ich jetzt auf schiff tun ihr verschwendet eure zeit ich rede nicht nicht mit dir und auch nicht mit deinen leuten das solltest du noch mal überdenken deinem volk zuliebe wer weiß wie viele noch sterben müssen durch meine leute du machst mir keine angst dann bist du töricht ja hier lady edel suite nicht ein bester tag was der herr wird deine seele verdammt wenn er sie findet ein guter fang aber sie dichtet fast besser als du wo ist meine kathleen was habt ihr mit ihr gemacht ach deine magd meinst du die sich mutig in edle gewänder warf die ist angekettet zusammen mit den anderen ich bringe die weiber nach tameljord damit sie gesprächiger werden wenn sie auch nur einen kratzer bekommt ich rede mit scheoll wolf vielleicht hat er eine idee wie wir zu ihr durchdringen können wir sehen uns dort sie gut was ist mit diesen gefangenen wir haben was wir brauchen lasst sie frei gottes segen sei mit dir danke okay ich bin ich nach team team wo es hat denn da hier sind aber nur gold bauen die müssen wir erstmal einsammeln ich darf ja nicht erwischt werden ach selbst wenn müssen wir uns halt durchkämpfen bisschen so den haben wir weischtum da unten da ist auch noch irgendwo reischtum ne da ist auch noch einer so so da hinten schläft einer mal gucken ob wir den im tod im schlaf töten können da hinten da hinten ja da hinten ich hab gedacht vielleicht konnte ich meinen fall wieder einsammeln aber geht leider nicht letztes mal als wir hier waren hattest du die pocken du hast wirklich glück gott verleihe mir stärke ich beschäftige die so erstmal noch mal ein eisenbahn so jetzt ist dahin auch was hier oben sind feile die wir benötigen als wenn ich nur 14 pfeile mittragen kann flieg freundin da ganz hinten dann laufen jetzt hier lang doch als wenn hier so eine riesen armbus steht aber hier hochklettern ja so dann geht es hier wieder runter gut hat geplündert zum glück habe ich den auch gesehen steht da oben einer da sitzt einer so der schatz ist da unten so was haben wir denn hier als wenn ihr unten im wache stand jägermantel okay dann würde ich jetzt erstmal sagen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal schau